Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Purer Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Komm, ich nehme dir was ab. Na, deine Klausuren waren bestimmt auch gut. Dann hast du ein Top-Examen. Hochzeichen, gut. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schön, dass Sie noch dran gedacht haben. Sollen kann ich das doch nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Heckfurts Büro natürlich. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt es einen Fanklub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plura. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de nada. Farsch mich nicht. Viva Las Vegas. Solange- Untertitelung des ZDF, 2020